Tracey Anderson, die Fitnesstrainerin der Hollywoodstars, hat ein einzigartiges, ihren Bedürfnissen angepasstes Fitnessprogramm entwickelt. Sie können ihren Körper jetzt tatsächlich so gestalten, wie sie ihn schon immer haben wollten, präsentiert von Tracey Anderson. Tracey Anderson ist eine der angesagtesten Trainerinnen in Hollywood, mit Anhängerinnen wie Gwyneth Paltrow, Kourtney Cox, Kristen Davis, Molly Sims und Christy Turlington. Tracey wurde in zahllosen Beauty- und Fitnessmagazinen gefeatured. Sie weiß, wie es ist, wenn man trotz Diät und Training nicht abnimmt. Tracey sagt, das Unmögliche kann möglich werden. Heute gibt sie ihnen die Chance, ihren Problemzonen die Stirn zu bieten. Hallo, ich bin Tracey Anderson. Ich habe in den letzten zehn Jahren den Körper vieler Frauen so verändert, wie sie es sich nie hätten vorstellen können. Sie sind für ihren Körper verantwortlich und mit meiner Hilfe können sie die Figur ihrer Träume bekommen. Meine Methode ist anders und die Veränderungen in ihrem Körper werden tiefgreifend sein. Ich habe vieles ausprobiert und nichts hat so funktioniert wie Tracys Methode, weil sie so einfallsreich ist und das Workout immer wieder verändert. Wenn man die Zeit investiert, kann man wirklich die Ergebnisse erzielen, die man will. Lassen Sie mich zunächst eines klarstellen. Es ist nichts falsch an Ihrem Körper. Sie haben ihn nur nicht richtig behandelt. Bei anderen Trainingsprogrammen haben Sie immer wieder das Gleiche gemacht, als ob wir alle gleich wären und die gleichen Problemzonen hätten. Und es stimmt nicht, wie wir wissen. Sie können verändern, was die Natur Ihnen mitgegeben hat, wenn Sie die richtigen Hilfsmittel haben. Der erste Schritt ist das Bestimmen Ihres Körpertyps. Einer davon ist Ihrer. Nehmen Sie an der Körpermitte zu, haben Sie eine dicke Taille, dann sind Sie bauchzentrisch. Oder haben Sie eine schmale Taille mit kräftigen Hüften und Oberschenkeln, dann ist Ihr Körpertyp hüftzentrisch. Die mit einem hängenden, formlosen Po sind meine pozentrischen Frauen. Und wenn Sie überall zunehmen oder Problemzonen haben oder nichts von alledem auf Sie zutrifft und Sie einfach nur super fit werden wollen, dann sind Sie omnizentrisch. Warum ist es so wichtig, seinen Körpertyp zu kennen? Weil es beim Fitnesstraining keine Einheitsgrößen gibt. Meine Methode ist individuell auf Sie zugeschnitten. Metamorphosis bei Tracy ist äußerst effektiv. Die meisten Fitnessprogramme konzentrieren sich auf die großen Muskelgruppen. So bauen sie eher Muskelmasse auf, als schlanker zu werden. Tracey Andersons Methode ist anders. Sie hat ein einzigartiges Programm entwickelt, das Muskeltransformationsprogramm, das hauptsächlich die kleineren Hilfsmuskeln trainiert, indem Sie mit einbezogen werden und somit den größeren Muskeln zusammenarbeiten. Sie werden stärker, straffer und schlanker. So erreichen Sie die unglaublichen Resultate, die Sie hier sehen. Bei Metamorphosis wechselt im Laufe des 90-Tage-Programms alle 10 Tage das Muskeltransformationstraining. So gewöhnen sich die Muskeln nicht an das Workout und es kommt zu keinem Trainingsstillstand. In Kombination mit Tracys belebendem Cardio-Workout formen Sie Ihre Muskeln, verbrennen erstaunlich viele Kalorien und transformieren Ihren Körper schneller, als Sie es je für möglich gehalten hätten. Betrachten Sie mich als Bildhauer und Ihren Körper als mein Rohmaterial. Ich gebe Ihrem Körper die Form, die Sie möchten. Darum werde ich das Programm auf Sie persönlich zuschneiden. Und wenn wir trainieren, gibt es nur Sie und mich, niemanden sonst. Wenn Sie mit mir auf diese Reise gehen, sich an mein Programm halten und alles tun, was ich sage, verspreche ich Ihnen, dass Sie den Körper bekommen, von dem Sie schon immer geträumt haben. Metamorphosis bei Tracy enthält ein komplettes 90-Tage-Transformationsprogramm. Vier praktische DVDs mit neun individuellen Muskeltransformations-Workouts und dem Dance-Cardio-Training. Tracy Anderson möchte, dass Sie Ihr Ziel so schnell und vor allem so effektiv wie möglich erreichen. In Tracys Metamorphosis-Paket finden Sie alles, was Sie für Ihren Erfolg brauchen. Sie erhalten Tracys Fitnessplan voller Tipps, Strategien, Inspiration und Motivation. Außerdem bekommen Sie Tracys Ernährungsplan mit unkomplizierten Rezepten, die satt machen, Ihnen Kraft für die Workouts geben und Ihre Abnahme beschleunigen. Zusätzlich gibt es noch einen praktischen 9-Wochen-Workout-Kalender zum Herausnehmen und ein Maßband, um Ihre Erfolge zu messen. Bis zum nächsten Mal.